Zerstörung Ich bin der große Würfel Zerstöre alles Eine Wechtelbrücke Ist mir egal Scheiße Weihnachten Ich will nur Zerstörung Bäm Axt, die kann mich nicht aufhalten So, hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Happy Wheels Ja, ich habe hier schon mal alles eingestellt auf Play Count & Today Also wir wollen die häufigsten gespielten Spiele von heute sehen Und dann fangen wir doch mal an mit Can you escape? Fragezeichen Ach, wir können jetzt nochmal den Charakter auswählen Ne, natürlich unseren Ach du heulige Scheiße Unseren Liebling hier Oh, was? Das war irgendwie ein bisschen unfair Hä? Ich nehme mal den Opfer Gibt es überhaupt? Wahrscheinlich Ich bin doch zu dumm Nein, 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 nein Oh, guck dir das an Oh, gerade durch den Körper durch Alter Alter Und jetzt eher Hä? Naja Ich bin immer in die andere Richtung Ja, ich kann nicht fliehen Oh! 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 Ja, okay Das ist nicht ziemlich Rapp-Battle Okay Was ist das für ein Scheiß? Jetzt bin ich dran schwarz, die Bewegung mache ich. Oh yeah man, BAM! Fertig gemacht. Ich bin Kollegah 2. Oh, 18 plus only. Das Level ist nicht das, was man denkt. Oh, das ist noch 18 plus. Stop making these Levels. It's running happy wills. A lot of people work hard on the Levels and the ones who make these types of Levels should not get what they are getting. I hope you guys feel the same as Crab Escape. Aha, aha, aha. Rate 5. She will be naked. Don't forget to check out. Ach, du Scheißer. Ja, okay. Ich hoffe, die Message habt ihr verstanden. Ich kann es nicht beurteilen, weil ich noch nicht so viele Level gespielt habe. Ultimate Ninja. Okay. Okay. Timmy, unsere nächste Mission. Ah, das Glas stört mich irgendwie. Hi. Hi there. We those Ninjas and burn out this Temple. Then I will give you a reward. Go! Okay. Okay. Oh! Oh! Larry the Poppelm... People Mower. Amateur Level. Ah, den kriegen... Ah, den kriegen wir doch noch. Oh! Nimm die Axt aus meinem Hals! Mann! Swimming SSC. Okay Level. Ah! Nein! Du kriegst mich nicht! Ha! Na okay, mit nem Schwert im Rücken und nem... Ach, das ist der andere. Und der Axt im Hals lebt es sich nicht so leicht. Und so fahren wir da jetzt mal von vorne an. Ja. Oh Gott! Muss mal aufpassen. Oh, zack! Ich nehm euch alle mit bis zum Ende. Timmy, du lebst! Timmy! Timmy, geh den Weg! Lass mich zurück! Faules Kind. Nix tun die Kinder heutzutage für ihre Eltern. Mensch! Okay. Muss ich ausreiten. Ha! Hab ich sie gegeben! Muss ich nur irgendwie da drüber kommen. Nein! Timmy! Okay, gut. Ich hatte schon fast Angst um dich. Nein! Timmy na... Hey, wie ist das geil? Irgendwie ist das geil. Jo! Ah, da hab ich ja nicht aufgepasst. Ne, mit nem Axt im Hals kann man das glaube ich nicht schaffen. Oh! 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 Und das war... Das war... Oh! Das war richtig hart. Timmy! Ich würde dich gerne absetzen. Ach egal. Ah, nein! Ich hab vorhin nicht aufgepasst. Ich hab... Ah, ich hab nicht auf mein Fahrrad geachtet. Verdammt. Ich hatte gerade nen guten Lauf. Du! Gott! Oh Gott! So! Er hackt sich einfach... ... die Axt in sein abgehacktes Bein. Komm du nervst! Boah! Tod und dann auch an einem Weg stehen. So! Zack! Und jetzt... Konzentration! Ah, verdammt! Nein! Ah, wir hatten's fast, ey! Ich... ich... Soll mich nicht so lange auf... ... noch einen Level aufhalten, aber... Irgendwie... ... wird das schaffen. Zack! Nein! Wie dumm war das denn? Okay komm, letzter Versuch. Ach komm, einer noch. Einer! Einer geht noch! Ich merke schon, ich... ... gestalte das Ganze nicht so, wie es sein... Ach komm! Irgendwas sagt mir, ich soll das nächste Level beginnen. Die Box of Doom! Der Box of Doom! Have fun! Now enjoy smashing! Press Space to activate the box! Use arrow keys to move! Zerstörung Ich bin der große Würfel Zerstöre alles Eine Wechtelbrücke Ist mir egal Scheiße, Weihnachten Ich will nur Zerstörung Axt, die kann mich nicht aufhalten Keine Münze Ja, das war doch Ziemlich erfolgreich Swatthrow V1.0.2 Ah, da ist kein Problem Welcome to Swatthrow Oh, yeah Santa Ja, Santa, das war's von mir Die Kinder, die du Ich hasse dich Okay, das war jetzt nur aus Versehen, Leute Also, ich habe das Gefühl Ich versuche Ach, neue Messer Ich habe Das war dumm Ich habe das Gefühl, ich wollte die Ausrottung der Menschheit hervorrufen Da ich jeden Mann zeugungsunfähig gemacht habe Okay, jetzt aber Santa Du kriegst direkt drei Ja, bleib liegen Du kriegst noch mehr Oh, verdammt Das ist geil Das ist wirklich geil Santa Santa, du bist mir im Weg Du bist im Weg Nein, nein Verdammt Wer einfach nur ein Schwert im Kopf kriegt und sich nicht mehr bewegen kann Nein Oh Wie behindert war das denn, Alter Zack Rich Hobo Old Fatty Ja, awesome und win, win, win Die es einfach vorne, von hinten eingeschlagen ist und wie der Santa das nochmal abkriegt Mein letzter Schwert Hä, was Wie es einfach nicht trifft und er einfach nur umfällt Richtig stumpf Okay Solche Levels gefallen mir Levels? Solche Level gefallen mir Basketball Challenge Ach, schon wieder sowas Zack Oh Basketball Profi Das schaffe ich nicht nochmal Sondern habe ich eher nur Glück Jo Alter, wie ich es einfach nicht drauf habe Ach, schade Cool, das war auch ganz nett Was haben wir denn hier noch Äh, ha, ha, ha Possible 0,07% Oh my god Fünf Was? Alter Was ist der Sinn des Levels? Mein Kopf Oh my god Au So ihr das, meine Freunde Okay Was haben wir denn hier noch Schönes? Too many balls Yay Oh Wann soll ich damit springen? Alter Nein Geht weg Yes Alter, was? Ich will da durch Zack Wie krank das ist Das ist einfach Ich komme einfach wegen den Bällen nicht durch Die behindert Ja, ja, ja Yes 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 Alter, das ist richtig heftig Ich hab's fast, ich hab's fast Ja, komm schon Einer noch Eine Barriere noch Ja Oh, weh, da kommt was Alter Ich ersticke gleich Jetzt noch mal Ich könnte noch nie machen Ja Wir durch Victory Okay Exceed to menu IOS 3D Obst Curse Äh, try to find the secret finish Den Segway, den fahre ich nicht so gerne Hä? Was? Hä? Alter Ah, ja Okay Und weiter geht's Öh Nein Äh Mensch Ja, natürlich Ich bin so ein Failer Nestle gefällt mir nicht so Sorry Santa Christmas Rope Komm hier Ein bisschen weihnachtlicher werden heute Immer noch weihnachten Äh 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 Achso Ich sollte mich festzahlen Ja, okay Nein Ey, das ist nice Verdammt Ah, zu spät Yes Nein, der darf sich nicht so drehen Ja Nein Nein Nein, die Arme Die Arme Ah, nein Ihn haben die Kräfte verlassen Ho, ho, ho Kinder Ich hab eure Geschenke Nein Euer Weihnachten wird scheiße Äh Okay Hä Hä Wie er sich einfach den Arm bricht Äh, nein Der Arm Wie der Arm einfach den Torso verlässt Nein Verdammt Ja, das schaffen wir Nein Alter Der Alter Ist das scheiße Das ist richtig scheiße Das ist richtig krank Nein Das ist mir richtig behindert Das Spiel, Alter Äh Jetzt Ich will das noch schaffen Nein Hä Was muss ich denn da machen Da am Ende Ah, das war natürlich zu früh Er tritt sich erstmal Fett ins Gesicht Oh Hä, warum Ich war doch ganz vorsichtig Das ist traurig, dass ich das nicht schaffe Hä Muss ich mich wieder drüber schwingen Oder muss ich hier überhaupt loslassen Oder was Verdammt Oh, nö Frohe Weihnachten Oh, zu spät, zu spät, zu spät Das geht mir, das soll Kann ich mich Hä Wie er einfach seine Mütze verliert Konnte ich mich daran festhalten Naja, Leute Ähm Ich würde sagen, das wird nichts mehr Und die Folge neigt sich schon seit längerer Zeit dem Ende zu Ich würde sagen, das ist, ähm Ja, eine perfekte Sequenz Um die Folge auch zu beenden Denn Ich wollte euch nochmal ein Frohes Fest wünschen Er hat aufgehört zu bluten Das waren 8 Liter wahrscheinlich Und ja Ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge Und Ciao Ciao Die Folge schon seit Wir sagen uns beim Wie sind sie Hm Ich für's Wir sagen unsば Wie sind wir jetzt nicht die Per hypothesis EGAN Wir sagen uns A Vielen Dank.